Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Dienstag erwartet uns ein überwiegend freundlicher Tag. Wir dürfen uns auf sechs Sonnenstunden freuen. Nur wenige harmlose Wolken trüben den Westsachsenhimmel. Das Thermometer klettert bis auf sieben Grad. Am Mittwoch wird es noch ein Stück weit schöner. Den ganzen Tag überscheint die Sonne. Die Tageshöchstwerte liegen um die zehn Grad. Etwas durchwachsen kommt dann der Donnerstag daher. Bei Temperaturen um die acht Grad kämpft sich die Sonne immer wieder zwischen den Wolken durch. Gegen Abend kann es vereinzelt zu Niederschlägen kommen. Der Freitag wird dann grau und verregnet. Mit Sonne ist dann überhaupt nicht mehr zu rechnen. Das Thermometer klettert nur noch bis auf fünf Grad.